So ihr lieben Leute Bissl hier Last of Use 2 machen wir weiter Und wir gucken mal Wir waren ja ähm Ähm Haben wir ja zwei Kinder befreit Der einen hat den Arm abbekommen Und das ist natürlich der Bub weg ne Jetzt wollen wir den Bub folgen Ja 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 Vielen Dank. So. So, eine Update-Urge gewesen. Keine Ahnung, was da jetzt neu ist. Weiß ich nicht. Hm. Gut. Also, warte mal. Hm. Das ist mir irgendwie mal lang hier war. Hä, warte mal. Du hast immer noch rausgekommen, oder? Hm. Ja, ich glaube, ein bisschen runter, oder? Aber wo geht's denn weiter? Aha! Moment mal. Schubb mich nicht. Mädchen, schubb mich nicht. Ah, hier. Geht's doch lang, Mensch. Wird gleich so, oder? Hm. Hm. So, herrö. Kommt die? Das wird doch nichts. Nee, das stimmt. Das wird doch nichts. Moment. Wär ist hier lang? Also, hier drüber? Nee, macht's ja alles. Mensch, wo geht's denn jetzt lang? Hä? 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 Was ist doch da lang? Nee. Definitiv nicht. Definitiv nicht, ne? So. Gestürzt. Ja. Das wird doch nichts. Ne, ist ja irgendwie. Ich wollte mal den lang. Ach, warte mal. Wir haben doch hier einen Aufzug, ne? Genau. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Jetzt aber, hä? Kommen wir da hin, wo wir hinwollen, denke ich. Okay. 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 Jetzt aber, hä? Also, wir kommen hier unentwegt in dein Dorf. Es gehört als Stellen am Ofer, wo man heimlich anlegen kann. Und es ist da noch Nebensprachen. Aha. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stür. Weiß er, worauf er sich da einnäßt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist deine Mutter. Gibt's aber viel mitzunehmen. So was. Ha. Oh, ist viel hier, oder? Das heißt, nichts Gutes, ja? Ja. Oh. Wie kommen wir von hier zum Yachthap? Sieht aus, als wärst du mehr aus und wollen. Hm. Hm. Na, ich kann mal das auch rum. Na toll, schon zu spät, sagt sie. Gut wäre besser gewesen, wa? Na ja, kann man da ändern, ne? Da merke ich Stuhl, guck mal. Kann man da ändern, ne? Ja, mach mal. Was macht ihr denn, ich stehe sogar dran oben? Na ja. Es kommt auch mir richtig Sinn. Mä, mä. Hm. Doch, doch lang, wa? Ja, vielleicht hier so. Mä, ja, gibt's wie viel mitzunehmen, hä? Ha. Hm. Was denn? Hm. Oh, hier, okay. Stopp. Ich mach das. Okay, los, los. Ich mach das. Hm. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Klasse, VK. Nicht durch die Näser. Die Gute sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straßenrohr, vom Außenbomber. Okay, klingt gut. Ja, ja, ja. Das war der Bulwuron unterwegs, va? Ja, das war der Bulwuron unterwegs, va? Hmm. Und warum gibt es hier so viel, hä? Was ist denn da drauf? Rätsel? Nein, nehm mit hier. Hat sie es jetzt mitgenommen, ja. Ne, hat sie nicht. Das haben wir mitgenommen. So. Kontinu hier, hä? So, warte mal. Guck mal hier rüber? Ne. Ach, warte mal, da waren noch Treppen. Ja. Guck mal, wo ist er hier? Siehst du jemand? Hm. Klingt schon so, ne? Aber das ist so, dass hier jemand schießt. Das ist so, dass du jemanden schießt. Also, es ist so, dass du jemanden schießt. Ist das? Ähm, warte mal. Ah. Da gehen wir lang. Oh. Bücken. Oh, Mensch, ist doch auch noch Bücken. Mach er denn hier? Was machst du hier draußen? Die Boote, wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendero auf. Ich hab jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Entschulde. Hm. Noch ein Verbot sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten. Hm. Und und bleib. Er hat mein ganzes Team getrückt. Hör es auf. Wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge. Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage. Na. Haben uns hart zugesetzt. Okay. Ich hab keine Ahnung. Hä? Wer war da eben links? Wo ist der Netz hin? Los, los! Hier, hier, hier. Hä? Au! Ja, hab ich's gesehen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Dann. Dann. Hey, bleib unten! Wo ist denn dieser? Es zu... Spare dir deine Munition. Scheiße, der ist schnell. Sag bloß. Ich muss noch was herstellen hier, wa? Hm. Wie kommen wir denn da jetzt lang, Mann. Wie kommen wir denn da jetzt lang, Mann? Was sieht denn da gar nicht, hä? Was sieht denn da gar nicht, hä? Irgendwo da oben. Hm. Aber wo? Das sehe ich noch nicht. Alter. Oh. Au. Hmm. Ich weiß auch nicht, was ich dort habe. Ja. Oh, die ist geheilt. Nee, gar nicht geheilt. Mach sie dann. Von der Trocken, ne? Die Heilung. Bei der Bliecht oben ist er glaube ich. Ja. 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 Oh, ich habe einen Ballespiegel. Ich mache das. Hey, hier drüben! Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Oh, ich muss nur Meilen jetzt langsam. Oder an immer. Ich bin da jetzt schon rübergekommen. Hm. Hä? Au. Oh, meine Güte. Oh, mein Name. Hey, hier drüben! Ja, ja. Guck mal. Hier ist runter. Oh, da bin ich ja nicht weit. Da bin ich ja nicht weit geschwimmen, ne? Nie, war ich wirklich nicht. warte mal heilen mögen wir sagen würde ich sagen machen wir erst mal hier was garage Au. Warte auch nase, schnüttest du mal mit? ... ... ... Vielen Dank. So. Schauen wir mal, wa? Und? Mache ich jetzt schon was? Schiebe ich schon oder was mache ich denn? Hä? Achso, jetzt. Wie, das wollen sie nehmen als Deckung? Das ist doch voll, ähm... Irgendwelche Flaschen da drauf. Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Los, los! Wir sollten die Einbringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Hm, hm. Ha. Na, wir machen jetzt so, Alf, komm. Jungs. Na, wir machen jetzt so. Nein. Ja. ich habe meinen mit meinem talent wo sind diese sagt schon wieder gibt es doch gar nicht ja ich muss mal heilen ja wenn irgendwie ist ja nicht mal heilen ja gehen wir hoch und schnappen uns in der achten Was ist das? Was ist denn diese Banose, ey? Von wo schießt der denn? Wie ein Späbberlo-Dude hier, ey. Hä? Aber das langmaß aber hier. Der Typ hört nicht auf! Ich weiß! Wo ist denn der Kunde? Ach komm, bring mich um. Neu mal hier. Er kein Trank mehr. Er kein Ding mehr. Keine Heilung mehr, ey. Nee. Ausgeheilt. Ja, komm. Ach komm jetzt, ey. Ja, bring mich um. Ich weiß ja gar nicht mehr da ist. Man sieht ihn gar nicht. Und man sieht ihn nicht, gell? Aber, wie gefällt mir. Ja. 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 Oh. Oh. Ach nee, ich habe mich wieder selbst in die Luft gesprengt. Oh, was ist denn jetzt? Hihi, so zu fester, wester. Also, wester. Oh, wester. Oh, wester. Oh, wester. Oh. Scheiße, Kinder, ey. Geh mal hier. Hockst du mit dem Weg rum, ey. Wenn du voll, wo schießt der denn nochmal zu, ey. Oh. Vor allem hat er unendliche Munition, weißt du? Und isch. Mosebusch, blab, ey. Der Typ hört nicht auf. Ich weiß. Ach, weißt du, noch so ein fernes Ding hier, ey. Scheiße. Ach, let's. Scheiße. Hm. Ich glaub, der reiß mal aus, oder? Reine Güte, ey. Meine Güte. Oh, verdammt mich schon wieder. Wo, verdammt mich schon wieder. Ach, es wird das so hoch sauce. Oua, Magda, die gilt. 리 straighten alphabet. Geh mal�der. Ach, es wird das so groß. Prozent das ist die Nähe nachschießt er mich erler erst mal zumindest jetzt gehen wir dahinter schnell ich bin selbst in die luft gesprengt ich bringe mich schon mal selbst in die luft das ist schön wenn du ihn hast die am liebens getrobt jetzt hier wird Hörn dazu, ne? Schade. Aue. Das gibt's ja keine Idee, echt. Ja, ja. Scheiße. Mann, aber... Habe ich denn auch hier so viel von der Pistole? Hier mal probieren. Munition wechseln. So habe ich jetzt keine Munition. Keine Ahnung. Da kann man aber schlecht zielen, oder? Ach, guck mal, meine Güte. Das war der Scheiß-Scheiß-Pistole, oder? Schwede, ey. Ich habe mich nie herankommen lassen, die ganze Schose hier. Kommt doch noch jemand jetzt, oder wie? Da vorne kommen noch mehr angerannt. Wo sind sie denn jetzt alle? Gibt es doch gar nicht. Warum kommt jetzt keiner angerannt? Von der jetzt schießt doch gar nicht mehr da noch, oder was ist denn jetzt? Na, verarsch mich doch nicht, ey. Ach, jetzt schießt er, oder? Okay. Ei, 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 ei. Au. Ich muss mal heilen, oder? Ja, ey. Huh. Psst, ey. Hm. 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 Sie ist bleibt hier wenn ich nicht speichern weiß ich nicht okay also Die Welt wird doch tot hier, wenn es weiter so geht. Von links schießt er irgendwo, glaube ich. Man sieht ihn aber nie. Das Problem. Der Typ hört nicht auf. Ich weiß. Schambler! 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 Das ist ja nett, also irgendwie krieg ich nicht klar hier den Kunde. Diesen, also naja, ich mein, ist immer im Weg der andere. Also da ist immer im, wir sind immer im Schussfeld, mein ich. Mein Leben, wo es ist halt echt dran, ne? Ist nicht die Welt hier, nicht die Welt. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hallo? Geh doch zu dem anderen, Mann. Alter, ey. Okay, der ist umgefallen. Okay. Hä? Ach, hier. Mann, ey. Ich bin gleich wieder tot. Ach, leck mich doch am Ärmel, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Dauersterben heute hier. Prima, echt. Das gibt's ja gar nicht. Wenn wir dann noch diesen fetten durchrennen oder irgendwie? Hm. Der ist nötig. Verdammt, nicht schon wieder. Verdammt, nicht schon wieder. Das ist ja gar nicht. Vier ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Ich bin nicht. Der ist ja gar nicht. Dann würde ich nicht. Ich bin nicht. Hallöchen, Big. Dich gibts auch noch, jawoll. Grüße dich. Na, bei dir alles gut? Mich gibts auch noch. Wäre ja schlimm, wenn nicht wahr. Au. Au. Ach, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ach, warte mal, hier, wollte ich noch was mitnehmen. Wo sind das jetzt? Ach, geschafft? Ne, war doch noch ein Dicker. Haben wir den nicht schon? Allee, das war raus. Was ist das denn da? Ach, Mann. Bin gleich bei dir. Heilen. Ja, jetzt lass mich was mal heilen hier. Natürlich ist alles klar hier. Und wie läuft's bei dir? Jo, bei mir ist alles gut. Alles gut. Pass, mir geht's auch gut. Alles im Not. Da schießt doch immer noch, Mensch. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab dich gerade gehalten, Mann, ey. Letzten Reserven hier eingesammelt. Scheiben-Leister, ey, echt. Ich kann jetzt hier nichts aufsammeln. Da steht mich immer zu erschießen. Attackieren. Das geht nicht. Was ich jetzt will oder ich will hier irgendwie durch, ohne was mitzunehmen. Das ist ein fettes Ding. Liegt hier rum. Ihhh. Hahaha. So. So, warte mal. Wo ist er denn jetzt? Ja, warte mal. Ah, ein bisschen Leben haben wir auch gerade. Kann nix herstellen gerade. So. Heute war ja mal ein bisschen Sonnenschein bei uns. Also, bewölkt zwar und so, aber ein bisschen Sonnenschein. Ich kann mich ein bisschen Sonnen nach der Arbeit. Auf dem Bild gucken natürlich, ne. Wo auch sonst. Ah, wo ist er denn jetzt nicht falsch gelatscht, wa? Falsch gelatscht. Ähm. Ach, da ist er. Jetzt. Jawohl. Na dann, gib du mal Deckung. Haha. Jawohl. Wo ist er denn jetzt? Spricht bei Lieben oder sowas? Das wär mal ein Traum, ey. Das wär ein Traum. So. Was treibst du schönes, Bick? Ach, da vorne ist er ja. Warte, das ist er da weg. Da spielt mit uns Katz und Maus, ey. Echt. Echt. Scheiße. Hey, ist das Pinchen puerto? Ist da! Los, 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 los! Jetzt nicht nachlassen! Ach. Komm, ey. Wo ist er denn jetzt hier, oder, ey? Wir haben sich, wenn wir hoch. Hä? Hä? Da macht's ja der andere, oder? Ich geh halt dann da her. Hä? Wo ist denn der andere jetzt abgeblieben? Ach, da unten ist er schon. Bin hier am rumschleichen. Oh, nein. Ähm, Moment mal. Gibt's hier Treppen? Auch hier geht's runter, okay. So. Äh, wo ist der letzte, oder? Das ist meiner? Wo denn? Ich bin beim Kurmischen, bist du leer? Habt ihr denn jetzt? Nee, immer noch nicht. Scheiße. Da legt sie mir, ey. Weiter! Mensch. Wo ist er denn jetzt hier, oder? Gibt's doch gar nicht, ey. Jetzt mal den erwischen, oder? Warte hier. Oh, ich hatte jetzt was gehabt, ey. Meine Güte, ey. Was ist denn dieser? Wo denn? Wo haben wir den denn? Hä? Wir haben ihn. Wo denn? Wo ist er denn? Da hinten rein, oder was ist er gegangen? Ja. So. Eben. So sieht's aus. So. 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 Mini-Lenny. Oh nein, der hat's voll erwischt. Scheiße. Jetzt haben wir noch alle hier, oder in Künde. Hier läuft irgendwo rum. Das ist halt schön dunkel hier, oder? Komm, leben. Geil. Echt. Mega. Mega. Jetzt mal. Äh. Echt. Seisse. Was sieht denn da auch immer nicht, ne? Was sieht denn da nur, wenn er etwas näher da ist, ey? Ah, verdammt. Verdammt. Da spielt mich mir Katzenmaus, ne? Ich sehe ja gerade nicht viel hier. Ich sehe ja gerade nicht viel hier. Hm, ist ja absolut nix hier. Also ich meine, von ihm natürlich. Ist ja rausgegangen oder was? Ah, verdammt. Oh, schön, dass ich auch mal dabei ist. Jawohl, im Wasser ist er ja schon mal gelandet. Ich würde noch mal draufschießen. Mann, 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 ey. Das war ein Böser. Das war ein Böser. Dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Böser. Oh, das war knapp, ey. Oh, okay. So. Jawohl. Was hat er gesagt? Mit der Ecke? Guck. Last boat. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Marmert. Wie weit ist es? Über die Insel. Scheiße. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderfahrt. Die werden uns nicht sehen. Ja, hoffentlich. Werden sie uns nicht sehen. Ich sehe das zwar noch nicht so. Dass uns hier keiner sieht, aber gut. Wenn sie das meint. Oh, da war ein Eischirnchen oder irgendwas. Wie sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja. Das hat mir mein Freund gesagt. Sie müssen den Sturm ausbekommen für ihren Angriff. Professor Isaac ändert seine Meinung. Euer Amt? Ne, passt schon. Oder? Warte mal. Ha, gut. Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Was ist mit dem Fall? Inzwischen. Zu jedem. So. Immer richtig hier, wa? Hoffentlich. Oh, wieder nach oben. Jawohl. Es ist der kürzeste Weg. So, du kannst klettern. Es ist der kürzeste Weg. Ne, was langsamer der Erdenkopf fällt, he? Mox gehen. Haha. Du kannst klettern. Wann passt das schon, ne? Oh, Prost Kaffee, ihr lieben Leute. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Oh, was haben wir denn hier? Urban. Warrior. Jo. Oh, haben wir das letzte freigeschalten? Ach ne, da ist noch eins. Impuls. Nachdem du Gegner mit einem Schlag getötet hast. Innerhalb kannst du aber... Zeitfenster der nächsten, ne? Kommen wir jetzt jedenfalls ein Schlag. Verbesser den Medi-Kids. Aha, okay. Da fehlen wir leider. Ne, da müssen wir das erst aktivieren da oben. Oh, ja. Oh, ja. Das letzte aktivieren. Schade. Na? Hast du seine genossen, ja? Sehr gut. Hast du den Arsch, die letzten Strahlen, ne? Sehr gut. Ach so, jetzt hab ich das weggehören, wa? Ach so, jetzt hab ich das weggehören, wa? Bankfrisch. Trophäe. So, wunderbar. Haben wir Bankfrisch Trophäe, oder wir... Ich hab das eigentlich nicht hergestellt. Naja, gut. Jetzt haben wir's halt hergestellt. Haben wir alles wahr? Ja. So. Ih, dann gehen die Blöde rum hier oben. Fuck. Kennst du die? Ich hab's schon mal gesammelt. Ah. Brief. Na? Hm. Ist ja auch nett. So, haben wir jetzt zwei so Dinger hier. Hinten ist doch das Lager, oder, von ihr? Ach nee. Oh nein. Dahinter. Das macht mir ja Hoffnung. Das macht uns Hoffnung. Ach nee. A noch. Okay. Das macht ja Hoffnung, ne? Tausend Leute und irgendwas. Alle gefechtsbereit. Ja, mega, sag ich da mal. Mega. Hm. Äh, warte mal. Ach so. Ach so, kann ich nicht reinbauen grad. Es gibt Ärger. Da sind alle. Kämpf. Ja. Ja, sollen sie mal kämpfen, ne? Ich nehm mal hier wegen Munition mit, Ast. Lassen wir sie kämpfen. Hm. Hm. Ja. Ja, das ist das. Ja. Ja. Ja, das ist das. So, jetzt haben wir hier noch rumliegen. Ha, okay. Oh, hier. So, weitergehen. Wo hoch, meinst du denn? Hier? Mensch, geh weg. Ähm, Moment mal. Hier vielleicht. Oh, was denn da unten? Moment mal. Oh, was denn noch ein bisschen Kroch machen hier? Okay. Hä, geht's los hier gleich, wa? Verkunft des Lebens. Oh, was denn da unten ist? Die Täscher vielleicht, aber... Nee, das geht nicht. Ist, du warst mir gerade rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus. Ja, können wir durch. Perfekt. Dann lass uns. Ähm. Was? Reinige deinen Dorn? Oder Damm? Für das Wohl deiner Nähe und für dein Land, bist du bereit? Da drüben, da drüben. Da drüben, da drüben. Pfeile sind aber gut. Warte mal. Da drüben. Da drüben, da drüben. Da drüben, da drüben. Mensch, muss ich jetzt gerade hergucken? Scheiße, war wohl nichts. ich glaube das war wohl nix scheiße das war wohl nix jetzt waren wir aber zu laut hier so ein Mist wird die Klinik jetzt geschossen? ja gell wo sind sie hin? auf die Jagd findet ihr Versteck hmm 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 scheiße wo oben war auch noch jemand gelümmelt nehm damit die hier oben kommen weiter sammeln immer sammeln immer was sammeln hmm hmm Ah, hier liegt auch noch was, oder? Ah, ne, doch nicht. Nicht verguckt. Ah, 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 ah. Warte, bleib unten. So, warte, warte. Ach, den hat doch jemand geköpft. Okay. Okay. Ha. Wo, da ist die Schüsse optier? Oh, ne? Oh. Oh, oh. Schaut man das? Oh, 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 schnell, 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 auf, lauf, 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 lauf. Das ist noch einer. Schnell, 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 schnell. Na, ich glaube, es hat mich irgendwie von hinten jemand gesehen, oder? Das ist gar nicht vor hinter mir, ich habe gar nicht geguckt. Aber wo? Ich habe es gut gesehen. Hä? Wo ist denn hier jemand? Da oben, ey. Ich habe keine Ahnung. Hä? Hä? Wiss ich jetzt auch nicht. So, also, wo wir weitergehen, war? Ach, da oben. Jetzt sehe ich sie. Ich glaube, wir haben es. Eine gute Hilderung. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Verrückte Welt, ja. Komm her. So, perfekt. Haben wir die erwischt, wa? Guck mal. Äh, äh, äh. Ach, scheiße. Sie beschützt uns. Yara, wir müssen hier weg. Weiß ja, was du hast, oder? Hä? Ich sehe keinen Isaac, siehst du? Sieht ihr auch nein, Isaac? Ich sehe keinen Isaac. Puh, wo gehen sie denn hin? Woa, hier ist dein Wald! Sierra! Ist das okay? Ja. Wo denn jetzt? Wir klipfen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wo haben sie die Kinder gebracht? Sie haben überall Unterkünfte. Hm. Wenn es hart auf hart kommt, bringen Sie sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag kann zu kommen. Da ist das Holzlager, wie immer. Bei denen ist alles Holzlager, wa? Hm? Sieht aber gar nicht so aussehen wie ein Holzlager. Oh, was gibt es denn dort aber doch zu mitnehmen? Nee, haben wir das letzte Feige schalten, ne, mega. Fertig, ja, hier ging ich dann doppelt so schnell an. Aha, Wandergeseller-Trophäe, okay. Okay. Oh, hier oben ist auch noch was, oder? Ach nee, da komm ich nicht hoch. Okay. Warum kommt man denn da nicht hoch? Falsche Richtung war. Oh, wenn das. Okay. Dann schauen wir schnell was. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Vielen Dank. 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 Zack, da waren wir mal rum. Jetzt haben wir noch 50. Und Feuerstoß. So, wunderbar. So, wunderbar. Schutzt, ja. Ja, super, echt. Ja, super. Super. Was? 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 Ja, 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 ja... Hmm? Okay, ja, 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 ja... So, jetzt müssen wir bestimmt da durchlaufen, das sehe ich schon kommen Wer macht das halt? Wir laufen durch Mais Der Mais ist heiß Schön da hingucken, genau, immer schön, gucken sie ruhig da vorne hin, perfekt Komm schnell Mach hin, der Mann, ach, das dauert viel zu lange, ey Bin da auch noch eigentlich hin, ach, da Tod Alles genau absuchen, los Seht nach, wer hier ist Ich muss hier mal vom Gebisch weg Der ist jetzt da, da gehe ich jetzt mal zu dem Er kommt auf mich zu, da gehe ich mal zu ihm Was ist denn jetzt, greif doch den mal, was ist denn jetzt? Oh, ich glaube dann ewig hinterher, Mensch Oh ja, gar nicht leise jetzt hier, ey Ich hätte es ja noch lauter gemacht Ich hätte es noch lauter veranstaltet jetzt, ja Ich hätte es noch nie Ich hätte es noch lauter veranstaltet, das ist ja noch die Ich hätte es noch lauter veranstaltet, das ist ja noch lauter So, wir sind jetzt hier noch jemand nach vorderen. Na, komm ran, hier an die Boletten, das dauert eigentlich zu lang. Komm hoch, was ist denn jetzt, wo ist er denn jetzt, diejenige? Da unten ist er jetzt, warte, komm ich runter. So. 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 So, so. So, komm, warte, rumhüpfen hier, ha? Ja, ist gut. Ja, die müssen wir sowieso alle platt machen, weil die sind uns ja am Wiegen, ne? Ach, da ist noch einer. Stöckchen. Und rechts vorne noch einer, gell, irgendwo. Dachte, ich geh erstmal zur Hütte hier hin. Das sind, äh, drei. Ist das richtig? Ja. Vier. Fünf, oder? Ich weiß jetzt, ob eine da oben steht, keiner. Hm, hm, hm. Wo sind jetzt die andere hier, wo er eben noch einmal gewesen, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Komisch. Wo ist er denn hin? Warte, 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 warte. Ausgepfiffen hat sie sich. Da hinten ist noch einer. Die machen wir noch weg. Hab ich da erwischt? Nee, hab ich nicht. Auf jetzt. Auf jetzt. Was ist denn jetzt? Scheiße, wo schießt sie denn noch? Ach, da oben. Jetzt sieh ich's. Möge der Strom euch sein. Möge sie... Möge der Strom euch senden, oder wat? Haben wir's alle wieder erwischt. Ja, warte, ich will nochmal hier noch aufsammeln, schnell, wa? Hm, hm, hm. So, und hier noch. Oh. Jawoll. Ja. Oh, guck mal, da warten hier. Was macht's denn jetzt? Ach so, ich will da durch. Oder was, oder wie? Ah, okay. Hm, gläbig. Frisch operiert. Und so. Oh, Fischer. Cool. Dann gegrillt. Kleine Fischis. Ah, okay. Nööööö. Was denn? Abby, hilf mir! Und? Komm nicht hin? Ah, jetzt. Habe sie schon wischt. Die Mom. Ich will. Ich will. War sie das? Ich, ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass ihr mich versteht. Aber ich, ich hab mich nur angeschrien. Was ging sie auf mich los? Ich, ich, ich wollte sie aufhalten. Ich, ich, ich wollte sie aufhalten. Ich hab sie nur mit der Welt gestoßen. Und sie ist mit der Tischgeweite. Oh, noch ein Bogen. Nein, kleiner. Mach nicht, kleiner. Mal los. Hier. Jara, ich, ich hätte nie... Okay. Ich bin frod, dass ich gefunden habe. Aufgehen. Was ist los? Überall auf der Insel. Wir stehen das durch. Sie beschützen uns. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusche. Von da hinten. Ich habe ja überall Kampfgeräusche. Da hinten gibt es viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abschützen. Die Hauptstrafe halten. Wie weit weg ist, Hayden? Breit. Was ist unsere beste Chance? Zeuge uns einfach weiter. Geh voran. Geh voran. Komm mal. Schickes Wetter hier. Mei, mei, mei. Hm. Hm. Oh, hier gibt es kein Boot äh, warte mal was brauchbares hier noch zu finden ok mal sieh, Finn oh, nicht erschrecken nicht erschrecken eine schreckhafte Korde, hm sag mal ich mach deinen Arm dem geht's gut immer um die Hilfe wie Allah Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt ich weiß warum ist dir das dann zugeschossen unser Glaube macht uns nicht entstärken Verlust war an jeder Ecke aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft über Verluste hinweg zu kommen hm sie führt uns das ist die Straße runter los, rein, schnell das wäre aber mein, wa wo ist jemand hier oder hin geworden jetzt Milchabstill, komm ah ha das ist Eieiei ist die coopk Mir bis die Rifer Eieiei Fersen sind. Und die Türe. So. Hier lang. Vorsicht da oben. Okay. Bewegung. Bewegung, Bewegung. Auch. So. Eieieiei, wird geschossen scharf hier. Guck mal. Oder? Guck mal. Guck mal. Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Ops. Es ist aber auch hier dunkel, so. Mein Schub ist noch nicht. Oh, jetzt käme ich gegen meine eigenen Männer, ey. Scheiße, die haben sie erwischt. Ach, Isaac. Ne, das gibt dir eine Dölle-Erklärung jetzt. Hm, hm, hm. Zwei. Drei. Oh. Ach, sie war's. Oh, scheiße, jetzt ist sie dort. Jetzt ist sie wirklich dort. Sie. Sie. Lef, wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lef, komm schon. Was waren deine scheiß Leute? Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskennen. Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten, ja? Okay. Okay. Mir nach. Oh, so ein Mist. Jetzt haben wir umsonst, ja. Das mit dem armen Zeugs gemacht, ey. Liegt da was auf dem Boden, ey? Oh, das ist voll okay. Echt? Warte mal, ich komme jetzt raus. Okay. Okay. Oh, die suchen wir. Schuss, 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 schuss. Warte mal, wir sind weg. Wenn Sie gewandt? Danke, Slane. Wenn ich Junge, geh weg hier. Okay. Oh, das ist gut. Ich bin hier drin. Oh, die suchen wir. Nein, mach den Ausgang dicht und ich kenne das Gebäude! Scheiße! Gefallen! Scheiße! Los nochmal! Echt ganz toll! Jetzt habe ich meine schönen Pfeile verschossen hier ein. Na ja, da können wir ja hier durchgehen, oder? Oh, ist hier noch jemand? Ach, hier vorne! Was? Und jetzt? Ja, wir sind hier. Woh, wir sind hier! Wir sind hier. Das ist Això. Wie geht es? Wir sind hier. Ich bin doch keine Schlange. Ich bin doch keine Schlange. Müssen wir hier durchschlängeln, uns. Oh, da oben ist auch einer. Hmm. Hm. Na ja, ich geh mal auf, oder? Die unten müssen wir auch erledigen. Von daher ist es wurscht, wenn wir zuerst hingehen. Jetzt hofft der Verona. Ganz toll. Jetzt haben wir auch geklettert. Müssen wir doch mal hochklettern. Der Gericht, dieser Flichtkontakt! Na los, Deutsche. Wo sind Sie hin? Ich finde nicht. Ich weiß, wir wendet sich das Blatt, ne? So, hier. Die Leute von mir. Killen. Die Leute von mir. Die Leute von mir. Die Leute von mir. Die Leute von mir. Ja. So, warte, da müssen wir gucken, wo wir lang kruseln. Ja, jetzt, ja? Ja. 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 Was, Steine? Ab wem schießen die denn, wenn ich mal fragen darf? Die auf die, oder? Heinz 0, gell? Oh, ist er weg. Das ist ein Mist. Das sind meine und die anderen, okay. Ja gut. So, siehste. Da können wir ja direkt weiter gehen, wenn die sich gegenseitig umbringen. Was sollen sie machen, wa? Okay. Ach so, du himmst ja auch noch welche. Sie ist hier! Sie gehört zu den Skars! Tötet sie! Nein! Nein, Junge! Pass auf! Haben sie uns erwischt. Aber guck mal, die schießen ja gerade ab uns, die schießen ja ganz woanders hin. Da ist er vielleicht hier, oder? Ne, jetzt aber nochmal. Ja, warte mal. Mach ihr mal da! Ich geh hier weiter. Ich geh hier weiter. Ich muss trotzdem mal umbringen, weil sonst werden sie mal mehr, ne? Ich mach dich fertig! Ich mach dich fertig! Bisschen einmal treffen, ne? Tja. Mensch, wo kommt der denn jetzt her? Was ist doch da? Oh, ich glaube, da hat er mich erwischt, die große Axt gehabt, die große Axt. Enttrieblich wird er gelandet jetzt. Töten Sie alle! Es ist Lilly! Lilly! Aber nicht Lilly! Lilly, Lilly! Lilly! Dann gehen wir noch mal zur Hütte, wo war der denn jetzt her? Ja. Mach sie alle! Steht da auch noch jemand rum? Ach nee, ich dachte schon, ne? Da! Sie sitzen in der Falle! Sichert die Fenster! Sie dürfen uns nicht umzingeln! Wir lesen! Oh Warte mal, der da hinten nützt rum hier. Den hab ich. Hinter mir wohnt noch einer. Hat er den jetzt erwischt? Nee, ist er hier, gell? Ja, oder sie, oder wie auch immer. Ist er schon weg? Hm, weg. Hoppala, es wird vorbeigeschielt. Vorbeigeschossen. Ich hab's gesehen. Wenn du mir direkt drin rennst, sag ich nicht nein, ne? Was hat der Junge denn eigentlich hin, Mensch? Ich geh gar nicht. Ich hab's versteckt, was. Ich hab's gesehen, wir sind da. Äh. Na, also jetzt soll ich dich nicht erwischt mit meinem Ding, ey, oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Ach, da ist ja der Junge mit meiner geilen Bombe hier nicht erwischt. Gibt's ja gar nicht, ey. Und rechts. Oh, verdammt, hab ich's nicht gesehen jetzt. Puh, wo alle haben wir? Ich sehe niemanden. Nicht nachlässig werden. Hm. Oh, da ist ein Pferd. Das schleppt jemand mit. Das Pferd schleppt jemanden mit. Ob wir mit dem Pferd reiten wollen? Kann man mal gucken, wa? Ja. Sag, da steht ein Pferd. Hm, das hast du noch Idee. Wo ist er denn? Na, ich sehe den immer nicht. Mere oder weniger? Ja, war ja gut. Wir sind schon hinreiten. Oh. Oh. Das war's für heute. Nee. Halberwestern hier, ey. Oh, hier brennt alles, ey. Ja, geil, geil. Hast du gut gemacht. Scheiße, aufs Pferd. Ich hab mich gerade geheilt, ey. Dort! Die Docks! Okay. Wir müssen hier raus. Abby, hier landen. Äh, warte. Warte! Lass uns die Zaarschlecker! Leider! Uff. Äh, warte! Abby, weiss die Zaarschlecker! Oh, wird beschossen. Fickst dich doch mal. Fickst dich doch mal, wer auf wem schießt? Fickst dich auf mich oder auf dem hier? Keine Ahnung. So, erledigt. Mensch, ich treffe doch nicht hier. Ach, scheiße, ich bin mit rein gelort. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hm. Oh. wenn die vielen millionen ja man beschossen da ist jetzt umgefallen gut das war der junge oder oder weil das Oh, so erledigt, guck, erledigt. Schön will ich sich gegenseitig umbringen hier. Ach, da ist auch noch einer. Jetzt aber halb ich ja ruhig. Oh. Nee, was hab ich denn jetzt, wenn ich welche geworden hab? Ach doch, passt schon. Gut. Na, warte. Mach's mal so ein kleines Tänzchen hier. Oh, wir haben ja schon wieder angeschossen. Moment. Ach so, die ist leer. Ist ja ein Mist. Na, machen wir jetzt Ringel-Ringel-Reihe, wa? Juhu. Ringel-Ringel-Reihe. Korte, ha? Ringel-Ringel-Reihe hier, wa? Da? Hvor er den? Ja, mal los. Höh-Höh-Höh. Glock's. Wir müssen sie hier schnell weg! Komm schon. Komm schon! Herr toll Ich darf nicht einstürzen Der war ja gut Ist schon zu spät Ähm, Moment mal Gehen wir runter hier Und, ah, ganz toll Wieder zu die Hütten hier Mann, es hängt blöde Holz an mir rum Oh 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 Du mal deine scheiß Axt Oh Mann War wohl nix da War wohl nix Hey Boah, die Steuerung Also ich mein, da kann man dann ein bisschen oder so Mist irgendwie, find ich Aber gut Huh, dann tust du das Bild voll drehen hier Wie Hedgezücken Guck doch mal, was ist denn das? Hab ich denn jetzt endlich Richt oder was? Ah, weg von mir Oh, hat er mich überlaust, ey Lass mich doch los Komm, was mir schon voll das eklige Gesicht Das ist aber gut hier, ey Ja, mach doch ja Geh, da war ich jetzt Äh, jetzt Ihhh, die Kindlade Ihhh, alter, aber alter Alter Schwede, ey Weg mit dem Ding, aber echt Wo ist mein Rucksack? Ich mein Scheiß auf den Rucksack jetzt, oder was? Toll Können die gar noch mal campen, hey Ne, da muss man ja noch mal campen, ne Ah, hier ist er eins, komm Muss ich mal auch noch rudern, wa Unschuldigung, da ist kein Loch drinnen, ey Alter, das ist ein Abgeschlachter dort, ey Alter Schwede Du, danach werden wir all aus meinen Federn huscheln, wa Also zumindest aufgehen und so Schriebe da raus Hier Das war's. 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 Das war's.